Immer wenn wir unserem Körper ganzheitlich etwas Gutes tun, zum Beispiel durch die Stärkung von Psyche, Nervensystem und Immunsystem, ist diese Frage natürlich im Vordergrund, insbesondere dann, wenn wir einen Erfolg nachweisen möchten. PNI ist messbar, aber nicht mit den Methoden, wie wir sie aus der Pharmazeutik kennen, dass wir jetzt besonders viele Zellen im Immunsystem feststellen oder eine schnellere Reaktion durch ein tolles Nervensystem oder durch eine Stabilisierung der Psyche alleine betrachtet. Dies würde dem ganzheitlichen Anspruch von PNI nicht gerecht werden. Und so ist vor vielen Jahren, schon auch im Zusammenhang mit PNI, ein Fragebogen entwickelt worden mit 35 Fragen, einem inneren Algorithmus, wo wir feststellen können, ob diese Fragen auch wahrheitsgemäß beantwortet wurden und der nennt sich Quality of Life, also die Nachweis von Lebensqualität. Und über einen solchen Fragebogen können wir durchaus PNI oder die Stärkung von Psyche, Nervensystem und gleichzeitig Immunsystem tatsächlich messen, indem wir die Menschen nicht nach den einzelnen Systemen befragen, das würde wie gesagt PNI nicht gerecht werden, sondern ganzheitlich auf die Lebensqualität Rücksicht nehmen bzw. die Lebensqualität abfragen. Dies gibt uns einen sehr, sehr guten Hinweis auf die Auswirkung von PNI auf unseren Organismus.